Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein ganz besonderes Unboxing, denn die Artenschutzbox hat mich erreicht. Schaut so aus. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ups, diese Box habe ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hervorstellen zu können, um einfach vielleicht so eine kleine Vorfrist, nein, wie nennt man das, vorläufige Vorab-Weihnachtsidee zu geben, Weihnachtsgeschenkidee zu geben, ihr wisst, was ich meine, ne? Und ja, da kam die Liebe Vivi wieder auf mich zu und hat gesagt, hey, ich habe da einen coolen Kontakt, möchtet ihr nicht vielleicht mal miteinander kommunizieren? Und sie hat die Box auch schon vorgestellt. Ich verlinke euch mal ihren Kanal und auch das Video unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal bei ihr vorbei. Ist eine super Liebe, mit der habe ich auch schon einige Sprachnachrichten ausgetauscht. Die ist einfach ein herzensguter Mensch, wirklich. Also die ist wirklich, die trägt das Herz auf ihrer Zunge, das ist der Wahnsinn. Genau, und da ich auf Instagram halt in letzter Zeit super häufig was von meiner lieben Irmgard poste, was ja unser Igel ist, den wir von der Igelhilfe bekommen haben, beziehungsweise übernommen haben und über Winter halt bei uns im Garten jetzt haben. Also erst haben wir die groß gefüttert, damit sie halt ein gutes Gewicht erreicht und jetzt gerade lebt sie bei uns im Garten und bekommt noch ihr Futter und so, aber sehr, sehr bald, also Richtung Mitte, Ende November gehen die Igel dann ja auch in Winterschlaf, ne? Wird sie bei uns behütet bleiben. Also falls ihr kein Igel-Content verpassen wollt, solange sie noch wach ist, dann folgt mir gerne auf Instagram. Außerdem ist es so, dass Sammy, also unser lieber, wundervoller Ersatzkind-Hund, tatsächlich auch vom Tierschutz kommt und zwar von der Arche for Dogs und deswegen ist das Thema Tierschutz für mich auch immer ein wichtiges Thema gewesen. Ich habe auch eine Freundin, die liebe Sandra, die auch tierschutzaktiv ist. Ey! Und ja, deswegen habe ich da halt auch so oder so immer mal wieder Gespräche und Berührungspunkte und so weiter und ich bin halt auch ein unglaublich tierlieber Mensch. Oh mein Gott, ich liebe Tiere. Ich bin mit Tieren groß geworden. Wir hatten Hamster, immer Hamster, Hamster, Hamster hatte ich auch. Dieses Zimmer hier war mein Hamsterzimmer. Da hatte ich große Terrarien, wo Zwerghamster halt waren, die dann halt für sich alleine da gelebt haben, weil Einzelgänger und so. Auf jeden Fall habe ich da immer mit zu tun gehabt und deswegen, als Vivi mich angeschrieben hatte und gefragt hatte, ob ich Bock habe, war das für mich einfach keine Millisekunde Überlegung. Ich habe direkt gesagt, ja klar, habe ich Bock drauf, habe dann direkt mit der lieben Lady Kontakt aufgenommen und dann haben wir geschrieben und ja, dann hat sie mir jetzt die Box geschickt und die kam jetzt an. Die kostet 49,90 Euro und ist halt wirklich gedacht als Weihnachtsgeschenkidee. Das heißt, wenn ihr bis zum 5.12. auf der Homepage bestellt, die ich euch auch in der Infobox verlinke, ja, kommt das vor Weihnachten an, was ich ziemlich cool finde. Da kann man so ein Herzensweihnachtsgeschenk halt auch machen. Kostet 49,90 Euro und ja, wir haben halt hier Produkte, die für unsere Wildtiere, die wir halt hier so im Garten und in Deutschland so haben, total passend sind. Also allein, wenn ich hier schon den Blick reinwerfe, ist es echt ein Traum. Dieses Video wird sehr viel laberer Barbe, ihr kennt das ja sowieso von mir, ne? Ich bin da ja ein bisschen, muss sein und Sammy ist gerade so richtig in Schmuselaune. Mäuschen hier stehen keine Leckerlis, die habe ich dir extra da hinten hingestellt, damit du mir nicht die ganze Zeit auf eine Show springst. Ist dir vollkommen schnippe, ne? Ist so geil. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, habe ich auch eine Info bekommen, dass ich einen 10% Rabattcode kriege. Ich habe eben eine Sprachnachricht geschickt. Und ja, dass ich jetzt tatsächlich... Ah, guck mal, hier. Sie muss es noch anlegen. Das heißt, ja gut, ich drehe jetzt heute das Video auch am 11. November. Das wird später online kommen. Claudie10 ist der Code, hat sie mir jetzt gerade geschrieben. So, ne? Denn ich habe eben das Video vorbereitet und, ja, habe ihr dann geschrieben, dass ich sehr spontan bin, ob sie auch so spontan ist. Ist sie. Finde ich total klasse. Liebe Grüße gehen raus. Nachdem ich jetzt ein fast 5 Minuten Intro gemacht habe, habe ich jetzt hier ein Brieflein, was wir einfach mal zusammen lesen können. So. Das ist wahrscheinlich so diese Info, was hier so in der Box drin ist, ne? Hey, du großartiger Mensch. Das ist schon mal so richtig süß, ne? Tatsächlich. So wird man doch grundsätzlich gerne begrüßt. Herzlichen Glückwunsch. Du hältst deine erste Artenschutzbox in den Händen. Vielleicht war es ein Geschenk. Vielleicht hast du für dich selbst entschieden, dass die Tiere und unsere Artenvielfalt wichtig sind. So oder so. Draußen warten Millionen Lebewesen auf deiner Box. Also lass uns loslegen. Das befindet sich in deiner Box. Genau. Und hier sind die einzelnen Produkte so aufgeführt, was ich sehr süß finde. Und dann können wir uns gleich mal durchschauen. Übrigens, wir haben auch einen Teich. Also wir haben hier, also bei uns draußen, auch das auf Instagram, seht ihr das ständig bei mir, ne? Haben wir so ein wahres Biotop, weil wir haben auch einen großen Garten, ne? Wir haben Kräutergarten, wir haben Bärensträucher, unser Nachbar ist ein Imker, also Hobby-Imker und dann kommen immer die Bienen bei uns vorbei. Und das filme ich euch immer ab und stelle das in meine Story auf Instagram und nehme euch da so ein bisschen mit. So. Heute habe ich Sabbelwasser getrunken. Es tut mir leid. Als erstes nehme ich hier etwas raus, was ich tatsächlich gleich in Einsatz nehmen werde. Denn das ist perfekt für Irmgard. Das ist nämlich so ein schöner Napf. Aktuell verwende ich so einen Napf, den habe ich bei Amazon bestellt. Ist eigentlich eher so ein Meerschweinchen- oder Kaninchen-Napf. Und ich verwende unser Geschirr von unseren Menschen-Sachen. Das ist immer so ein bisschen... Klar, die Sachen kommen in eine Spülmaschine und alles, aber trotzdem. Ein kleines Geschmäckle ist ja immer mit dabei. Aber hier haben wir dann tatsächlich einen Napf. Und das finde ich super. Das finde ich wirklich klasse. Das, ne, sehr praktisch. Der wird direkt in Anwendung kommen. Ich gucke mal, ob hier dazu irgendwas explizit mit dabei steht. Den kleinen Napf kannst du zum Beispiel für das Igelfutter, aber auch als Tränke oder Futterstelle für Vögel und Eichhörnchen nutzen. Auch Vögel und Eichhörnchen sind hier am Start. Wobei ich sagen muss, Eichhörnchen mittlerweile nicht mehr so viel, weil Sammy liebt Eichhörnchen. Der hat die zum Fressen gern. Und das ist eben das kleine Problem, weil Hunde gehen ja auch... Also gerade so Hunde, die, ne, von der Straße kommen und halt auch mal viel Futter selber sorgen mussten, gehen auch relativ steil auf Mäuse und Ratten und so. Sammy auch. Und Eichhörnchen gehören ja zu der Familie der Mäuse und Ratten, obwohl die so puschelig sind. Okay. Finde ich gut, ne? Also das hier finde ich gut. Wird verwendet. Oh, warte mal. Hier ist dann, glaube ich, hier sind nämlich noch so Tütchen mit dabei. Genau, da hat sie auch noch gesagt, da ich jetzt ja quasi die Vorab-Box bekommen habe, wird das Ganze auch noch ein bisschen, ähm, ja, hübscher gestaltet werden tatsächlich, ne? Ähm, ja, genau. Also ich habe jetzt hier so die Vorab-Variante und als sie mich angeschrieben hatte, war der Shop auch noch gar nicht online und so. Also von daher, das kommt dann noch ein bisschen anders bei euch an. Ähm, hier habe ich Igelfutter natürlich artgerecht drin. 100% Fleisch ohne Getreide und Obst. Das ist aus Rind, Innerein- und Muskelfleisch. Pute, Mineralstoffe, Fette und Lachsöl. 200 Gramm. Ja, aktuell bekommt ihr im Gard tatsächlich so ein, ähm, ja, Katzenfutter, ne? Was uns empfohlen worden ist von meiner Freundin, beziehungsweise auch von der lieben Aileen, die dort bei der Igelhilfe auch arbeitet. Ähm, aber das hier wird sie heute Abend auf jeden Fall bekommen. Ich hoffe, es schmeckt ihr und, äh, ja, es ist auch ihre Ration, vielleicht ein bisschen mehr mittlerweile, weil die ist echt ein Brocken geworden. Und hier habe ich noch mehr Igelfutter, finde ich total super, ne? Also da ist auch nochmal genau das gleiche drin, auch nochmal 200 Gramm. Kannst auf jeden Fall einen Igel glücklich mitmachen. Also das finde ich schön, ne? Passt auf jeden Fall. Und in manchen Bundesländern, das hat mir nämlich die Igelhilfe auch erklärt, ist es so, dass die Igel unter, ähm, Artenschutz auch tatsächlich stehen, also dass sie vom Aussterben auch bedroht sind. Ich glaube, in Bayern ist es so. Äh, Hammer. Also ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, weil du hast ja auch ziemlich viele Monokulturen. Du hast gar nicht mehr so diese Versteckmöglichkeiten, weil Leute machen, die machen alle ihr Laub weg und so. Vor, warte mal, was ist heute für den Tag Donnerstag, ne? Vor zwei Tagen hat meine Mama mir noch erzählt, dass ihr Mann, also mein Stiefpapa, seitdem ich einen Igel habe, jetzt auch sehr auf Igel achtet. Und, äh, auch so große Laubhaufen bildet und so, damit die Igel sich darin verstecken können und so. Ich fand das so cool. Also da habe ich wohl auch ein bisschen Spread the Love gemacht, ne? So ein bisschen geinfluenzt in meiner Familie, in dem Sinne, dass man, äh, so auf diese Sachen achtet. Und das finde ich so geil. Das, das liebe ich ja an diesem neuen Job, den ich jetzt ja hier quasi auch habe, ne? Weil ich mache das ja mittlerweile auch selbstständig. Ähm, dass ich tatsächlich auch in der Lage bin, Leute in einer sehr positiven Art und Weise zu beeinflussen. Das finde ich cool. Wir machen unser Laub nie weg. Nicht, weil wir faul sind oder so. Nein. Sondern einfach, weil wir sagen, das ist Natur. Und wenn Natur halt von, von den Bäumen runterfällt, dann bleibt das halt einfach liegen. Da muss ich nicht irgendwie jeden Tag, äh, mit einem, mit einer Laubhake durch den, durch die Gegend rennen. Mache ich nicht. Will ich nicht, ne? Und ich glaube, dass das auch unserem Garten und auch den, den Tieren, die hier so einfach auf unserem Grundstück ja auch einfach leben, gut tut. Also da hat sich bislang noch keiner beschwert. Ähm, ja. Ne? Genau. So. Steht hier eigentlich zum Igelfutter noch irgendwas drin? Gott im Himmel. Sie schweift ab. In den letzten zehn Jahren sind bis zu 70 Prozent der Insektenpopulation verschwunden. Das ist hart, ne? Die Menschen freuen sich darüber, weil die denken, es sind halt viel weniger Nervtiere da. Aber es sind ja Nutztiere, weil es sind ja einfach Tiere, die dann auch als Nutzen Futter sind, ne? Das ist krass. Äh, und Igel finden kaum noch Nahrung. Füttere sie, aber bitte ohne Milch. Stimmt, denn die sind laktoseintolerant. Das habe ich auch, äh, gelernt tatsächlich. Das finde ich ganz interessant. Die können das nicht verdauen. Obst oder Getreide? Genau. Auch das fressen die einfach nicht. Äh, Igel brauchen hochwertige Proteine. Ja. Deswegen, ne? Gibt es entsprechend da auch richtiges Futter für. Das wusste ich gar nicht, dass es extra Igelfutter gibt. Und halt, ähm, die verschiedensten Katzenfuttersorten, die da auch empfohlen worden sind. Finde ich sehr, sehr interessant übrigens. So. Dann kommen wir mal zum nächsten. Da habe ich jetzt... Ich könnte das auch in den Hintergrund stellen, ne? Dann seht ihr das nämlich noch ein bisschen länger. Also, wie gesagt, diese Box bis zum 5.12. bestellen. Dann habt ihr halt auch genau diesen Inhalt. Finde ich ziemlich cool. Ähm, so ein süßes kleines Hotel. Ich würde es jetzt als Insektenhotel bezeichnen. Wir haben bei uns auch, äh, ein großes Insektenhotel hängen. Das hängt bei mir über den, äh, ich nenne das... Nein, eigentlich hat das der, ähm, Lebensgefährte von meiner Schwiegermama in Spee, so genannt, die italienische Ecke. Da habe ich einfach nur ein paar Blumenkübel stehen auf so einer, äh, ne? Da lagen vorher schon so Waschbetonplatten. Da haben wir jetzt aber einfach irgendwelche Fliesen hingelegt. Und da stehen halt große Blumenkübel drauf. Meine Rosen stehen da. Ähm, da steht auch eine... Wie heißen die nochmal? Hibiskus steht da. Flieder steht da. Also, ne? Eine schöne Ecke habe ich da gemacht. Und da ist natürlich auch echt die Party mega im Gange. Ähm, so im Frühjahr, im Sommer und im Herbst halt auch noch ein bisschen, ähm, was so Insekten angeht. Und deswegen hängt da halt ein großes Insektenhotel. Und ich glaube, das hier ist auch eins. Das ist so mit Heu gefüllt. Das hier kann man so rausziehen. Genau, upsala. So hier Heu und Stroh drin und kannst das wohl erneuern. Weil, ne, die machen da natürlich ja auch rein. Auch Insekten machen Pupu. Oder irgendwie sowas ähnliches wie Pupu. Das sehen wir ja manchmal, wenn wir Fliegenkacke an den Fenstern finden, ne? Und das finde ich ganz süß mit diesem Herzchen. Das ist aus Holz. Also, sowas finde ich total schön. Deswegen, also meiner Meinung nach auch ein richtig tolles Weihnachtsgeschenk. Ähm, so. Was haben wir denn hier? Äh, also wir haben hier ein Nest. Ne, ein kleines Insektenhaus oder Kästchen ist mit Holz, Stroh und Heu ideal, um ein Zuhause für eine Insektenart zu bieten. Bring es irgendwo unter, wo es sicher steht. Am Zaun, an einer Mauer, unter einer Treppe. Ja, definitiv. Also, vielleicht werde ich das einfach an die andere Ecke des Grundstücks hängen. Also dann quasi, wobei, das ist fies, ne? Dann habe ich, weil ich habe, auf der Seite habe ich quasi das Insektenhotel, wo dann quasi die Insekten wohnen können. Und auf der anderen Seite habe ich dann so auch Vogelhäuschen und sowas hängen. Weil ich mir gedacht habe, dass das ein bisschen makaber ist, wenn ich ein Insektenhotel neben ein Vogelhäuschen hänge. Weil das ist dann so ein bisschen Snack to go für die Vögel, ne? Aber cool. Ja, vielleicht mache ich das aber trotzdem einfach mal. Ist doch irgendwie ulkig, ne? Genau. Und das kann man entweder, dass du halt hier hinten so einen Haken dir einfach ranmachst, ne? Oder man kann ja auch das hier rausnehmen. Dann geht es ja auch easy peasy. Dass man das quasi, ja, hier kann es ja auch durchbohren, ne? Und dann schraubt man das halt direkt am Zaun fest oder an der Treppe oder an der Hauswand oder sonst irgendwo. Doch, ich glaube, das geht ganz gut, ne? Das finde ich voll süß. Finde ich echt süß. So, äh, apropos. Hier haben wir auch ein Vogelhäuschen drin. Finde ich klasse. Ab und an erneuern wir natürlich ja auch unsere Vogelhäuschen. Die kannst du ja ein paar Saisonse verwenden. Aber irgendwann sind die halt auch einfach open, ne? Da ist ja auch Witterung und so ein Kram. Ein Fledermaus-Hotel haben wir übrigens auch. Also hart, was bei uns auf dem Grundstück abgeht. Ich bekomme oft genug, oft genug böse Kommentare, wie unnachhaltig ich doch leben würde mit meiner Schminkeritis und so weiter. Ja, Leute. Jeder hat seine Leiche im Keller. Ja, und das ist nun mal mein Hobby, was ich einfach gerne ausübe. Da habe ich einfach Spaß dran, Leute. Es tut mir nicht leid, tatsächlich, weil ich das einfach unheimlich gerne mache. Und ich bin stolz drauf, dass ich sagen kann, dass ich daraus tatsächlich auch einen gewissen Beruf für mich gemacht habe. Und da einfach auch Glück drin finde. Ja, und Spaß bei habe. Und trotzdem ja auch neben diesem Raum, der sich hier ja befindet, noch ganz viele andere Sachen sich abspielen. Eben zum Beispiel in unserem Garten, den ich einfach über alles liebe. Und wo wir halt alles tun, um die Artenvielfalt aufrecht zu erhalten. Und der Beruf, in dem ich vorher auch gearbeitet habe, war tatsächlich auch in der Tierfutterindustrie. Also da habe ich tatsächlich auch immer mit Tieren zu tun gehabt. So, nun mal, by the way, weil meine Güte. Manche Leute fühlen sich ja wegen Dingen auf den Schlips getreten, wo ich mir denke, lass mal die Kirche im Dorf und kehre mal vor deiner eigenen Tür. Das ist ja unmöglich. Weil ihr seht ja immer nur gewisse Sequenzen. Also bei mir seht ihr zwei Videos aktuell am Tag, ja. Aber das ist dann quasi eine Stunde aus meinem Leben. Also an einem Tag quasi, mehr oder weniger. Also es gibt dann auch 23 Andere, egal. Auf jeden Fall haben wir hier ein Vogelhäuschen. Der heiße Brei und ich rede drum herum. Hier haben wir auch tatsächlich schon einen Aufhänger mit dabei, was ich total cool finde. Denn, ja, wir haben genug Nägel bei uns am Zaun, wo wir das dran aufhängen können. Hier können wir die Tür einfach so öffnen. Weil du musst jetzt das Vogelhäuschen natürlich auch, ne, mindestens einmal im Jahr sauber machen. Weil es wird ja dann auch immer für mindestens einen Nistvorgang genutzt. Finde ich gut. So kommt man echt easy peasy dran. Kann es dann eben kurz abnehmen, ausschütten, auskirchern, was auch immer, sauber machen halt, ne. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht schon lasiert ist oder so, dass man da vielleicht nochmal drüber geht. Aber an und für sich, ich finde das klasse. Auch die Öffnung hier, die gefällt mir. Die ist nämlich recht groß. Also, ne, da werden unsere kleinen Meisen und so, was wir hier alle rumfliegen haben, Rotkehlchen. Die werden da gut durchpassen. Das wird eine schöne Geschichte werden. Das finde ich schön. Also, das, ne, freut mich tatsächlich. Dann auch mit so einem grünen Dach mit dabei. Ach Mensch, da haben wir nämlich auch von meinem Stiefpapa, ist es quasi, ja, ist mein Stiefpapa. Und meiner Mama vor ein paar Jahren so eine Futterstation auch geschenkt bekommt. Die hängt nämlich, oder steht vielmehr, steckt bei uns in den Bärensträuchern drin, bei den ganzen Vogelhäuschen. So. Das Nisthäuschen ist für verschiedene Singvögel geeignet. Hänge es einfach draußen auf. Ob im Garten, auf dem Balkon oder im Park. Im März wird es bezogen. Also, man kann theoretisch natürlich auch sich die Box kaufen. Und wenn man in der Stadt wohnt oder so und halt gar nicht so den Zugang hat zu einem eigenen Garten, dass man Teile daraus an jemanden weitergibt, der einen Garten hat zum Beispiel. Also, dass man das quasi als Geschenkbox so aufteilt, ne, weil das kannst du durchaus ja machen. Oder, dass man selber eigenständig dann manche Dinge davon irgendwo montiert, sofern man das darf. Oder halt Futter dort aufhängt. Wie zum Beispiel diese mega coolen Meisenknödel. Die finde ich ja hardcore, ne. Da sind zwei Stück von drin, die sind in so einem Zeva hier. Und die sehen ja cool aus. So richtig robust. Oh, der ist rausgeflogen. So richtig robust und geil. Also, so natürlich und selbstgemacht sehen die aus. Das wollte ich sagen. Und das finde ich klasse. Das mag ich. Das ist hier so schön montiert. Den hier fremle ich hier noch irgendwie rein. Räumliches Denken. Räumliches Denken. Das mache ich später. Räumliches Denken mache ich später. Ja, kann man nämlich auch gut überall draußen aufhängen. Da freuen die Vögel sich drüber. Und wichtig ist übrigens auch bei Vogelfutter, ne, dass man das ganzjährig anbieten sollte. Das heißt, die Vögel, die ja auch ganzjährig da sind, also auch im Sommer, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie da immer eine Futterstation haben. Also auch im Sommer dort Futter vorfinden werden, ne. Da musst du das dann nicht so oft halt auffüllen, weil da finden die ja eigentlich genug in der Natur. Aber dass die immer wissen, hey, hier gibt's was. Wenn ich hier hinkomme, dann kriege ich was. Das ist immer wichtig. Das habe ich auch wieder anbieten. Ja, genau. Weil dann wird's auch angenommen. So, ähm, ähm, nee, das ist noch was anderes. Meisenknödel sind beliebte Wildvogelnahrung, auch im Winter. Einfach auf Bäumen und Sträuchern aufhängen und Vögel zum Fressmahl ein, zum Festmahl einladen. Natürlich ohne gefährliche, äh, Plastiknetze. Genau. Ja, Plastiknetze sind nämlich eigentlich auch gar nicht so gut. Da können die sich ja auch doof drin verheddern, ne. Die hängen sich dann ja meistens dann tatsächlich daran fest. Und wenn die da nicht mehr loskommen, dann sind die ja wie gefangen. Das ist ein bisschen nicht so geil. Und deswegen finde ich es klasse, dass sie halt so hier in diesen, äh, Bastbändern drin sind. Die werde ich auch morgen tatsächlich schon aufhängen, einen davon. So, Mensch, hier sieht's ja aus, wie bei Hempels unterm Sofa. So, hier haben wir ein Säckchen. Und in diesem mega coolen Säckchen haben wir auch was drin, was ich eben schon überflogen gelesen habe. Drei Stück sind das. Die kommen auch bei uns in den Garten tatsächlich. Ähm, denn wir haben ein Beet, was ich halt extra als, äh, Bienenblumenweide quasi verwende. Puh, das sind solche kleinen Dinger. Aber die haben eine Wirkung, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Immer mal wieder mache ich sowas bei uns dann auch in die Beete rein. Und da kommt eine Blumenwiese dabei raus. Das ist der Wahnsinn, was da teilweise für, für Blumen bei rauskommt. Richtig schön groß und, und wundervoll. Und die Bienen, die erfreuen sich daran, als gäbe's kein Morgen mehr. Und, äh, ja, Hammer. Im Säckchen findest du Seed Bombs. Die Samenbomben verwandeln jede langweilige Grünfläche in ein Blumenmeer. Aber bitte nicht auf Privatgrundstücken von fremden Menschen krachen lassen. April bis September, genau. Also April bis September ist, glaube ich, die Aussaat. Also ich glaube, dass man das theoretisch dann im Frühling, also ich mache das immer O bis O, ist das für mich immer das Wichtige. Also es ist mein Garten, halte ich von O bis O, Ostern bis, äh, Oktober. Das heißt, im, äh, zu Ostern kann ich die dann reinsetzen und dann werden die abgehen wie Schmitzkatz. Es ist ja Wahnsinn, wie die bei uns abgehen. Ich freue mich da schon drauf. Genau. So, dann habe ich hier noch zwei verschiedene Geschichten. Ähm, und zwar sind das wohl so Saatmischungen. Die kannst du halt dann auch direkt in diesen Futterkasten packen, den ich ja bei mir zu Hause auch stehen habe. Äh, hier haben wir einmal so Sonnenblumenkerne und, ähm, was ist das andere? Ist das so Weizen und, und, und halt Getreide halt, ne? Da sieht man das, glaube ich, auch ganz gut. Das ist so die eine Mischung. Und dann habe ich hier noch eine andere, da weiß ich aber nicht, ob das etwas ist, was ich verfüttern kann. Das muss ich mir gleich nachlesen. Oder ob das, ähm, etwas ist, womit ich auch was säen kann. Also, dass es quasi Samen sind. Mal schauen, was mein schlaues, meine schlaue Rolle mir hier so sagt. Ich fühle mich hier wie so eine Marktschreierin, das ist ja wie. Ähm, da, Blumensamen. Die Blumensamen im kleineren Tütteln sind einheimisch und können in der Erde, in Blumenkästen oder einfach in der Wildnis ausgepflanzt werden. Sie sind bunt und gut für zum Beispiel Bienen und Schmetterlinge. März bis September mehrjährig. Genau, also das ist auch wieder für mich persönlich, ne, kopfmäßig von O bis O werde ich auch Ostern einpflanzen und dann geht die Party ab. Finde ich klasse. Doch, ne, also das sind, das ist die, äh, Blumenmischung. Und dann haben wir hier noch das Futter, was wahrscheinlich, ja. Das Streufutter im größeren Tütchen ist für größere und kleinere Wildvögel geeignet. Einfach an Vogelfutter stellen, auf Grünflächen und unter Bäumen verteilen. Bitte nicht ins Nisthaus geben. Für Babyvögel ist es zu grob. Klar, ne, also da, ähm, muss man das natürlich separieren. Und da haben wir dann hier nochmal, da habe ich aber tatsächlich noch einen riesengroßen Sack bei mir zu Hause stehen, weil ich ja immer unser Futterkram da auch bestücke. Leute, das ist eine Box, muss ich wirklich sagen, die geht ab, ne, und die geht hier ab im Herzen. Finde ich richtig schön. Ich werde alles bei uns verwenden. Ich nehme euch da auch gerne auf Instagram mit, wo ich euch dann auch mal zeigen kann, wird dann ja wahrscheinlich erst im Frühjahr sein, ne, wie die Tiere das dann entsprechend annehmen. Klar, das Vogelfutter kann ich euch dann schon vorher zeigen, aber da sind die Vögel auch meistens ein bisschen scheu. Und, äh, ja, aber das ist mega. Also eine richtig schöne Box. Vielen, vielen Dank an das liebe Artenschutzboxen-Team, dass wir hier zusammenarbeiten können und ihr mir die Box einfach zum Vorstellen geschickt habt. Ich kann so einfach noch, noch ein bisschen mehr Leben bei uns in den Garten reinbringen und positiv influenzen. Das ist das, was ich halt super gerne mache. Eben jeder, der dieses Video schaut, hat doch mindestens einen Denkanstoß mitbekommen, oder? Und sei es, Mensch, was hat Claudi da eigentlich ab ihren Augen gemacht? Ihr Lieben, ne? Geile Box, definitiv. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass es nicht die letzte Artenschutzbox sein wird, die eben dort verfügbar sein wird. Das heißt, also ich hoffe, dass da weitergemacht wird. Also, dass es da mehr Boxen gibt. Das heißt, da liegt es auch an euch wieder, Leute. Nehmt das Ganze an und wenn ihr Bock drauf habt, holt euch die Box. Wie gesagt, Claudi 10, gebt euch 10% Rabatt auf die Box. Das sind ja auch nochmal ungefähr 5 Euro. Finde ich einfach eine geile Nummer. Dann hast du schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke zusammen oder du verschenkst es als Ganzes zusammen. Oder du kaufst es für dich, für deinen Garten, für dein Zuhause, was ich einfach geil finde. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Semi-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!